Hallo, mein Name ist Alexandra. Ich lebe mit meinen drei Hunden in Wien und in Niederösterreich. Ich bin Psychologin und Hundeverhaltenstrainerin und arbeite mit den Menschen und mit den Hunden, um die Beziehung und die Bindung zu stärken und zu verbessern. Ich arbeite ganz klar gewaltfrei, das heißt ohne Schreck und ohne Strafreize. Am liebsten natürlich draußen in der Natur, aber bei Schlechtwetter auch sehr gerne in Hallen wie dieser hier zum Beispiel. Neben Basiskursen und der Grunderziehung für zum Beispiel Welpen, wie an lockerer Leine gehen oder einfach weniger gestresst sein im täglichen Umgang in der Stadt, biete ich auch Spezialkurse an, wie zum Beispiel Anti-Jagd-Training oder Coolness-Training für besonders gestresste oder gehandicapte Hunde. Der Kunde und die Kundin können auf jeden Fall von mir Anpassungsfähigkeit erwarten, dass ich mich flexibel auf jedes Mensch-Hund-Team einstelle, dass das Training nicht langweilig wird und zusätzlich natürlich meine Offenheit und meine ganze Tierliebe. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!